einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer und herzlich willkommen zum tradingtipp tradingtipp heute da haben wir uns nardex herausgepickt eine hochstufung kepler mit kursziel 18 euro sorgt für steigende kurse wir sehen die aktie bei 1290 nachdem wir diesen widerstand bei 12 euro wo auch die 200 tagelinie verläuft ja mittlerweile signifikant überwunden haben ist der weg natürlich auch aus technischer sicht frei hier in dem bereich knapp oberhalb von 14 euro aus trading sicht würde ich sagen bis zu den zahlen in acht tagen sollte man den schein laufen lassen aber vor den zahlen würde ich einfach mal sicherheitshalber auf jeden fall rausgehen hier noch mal der längerfristige chart dass da natürlich viel mehr noch luft ist nach oben hier das neue kursziel des analysten und hier zwischendrin natürlich die wichtigen widerstände also bis dahin kann es gehen und das wären mit einem faktor 3 den wir uns ausgesucht haben bei unserem partner morgen stanley die md 5 99 w ja 30 35 prozent die man da in kurzer zeit machen kann 14 56 ist der aktuelle kurs 13 euro stopp kurs gestern THG immobilien ja läuft würde ich mal sagen also hier der jahres chart im candlestick format da geht es jetzt hin da bin ich mir relativ sicher dass wir die 10 prozent noch machen wir sehen hier dieses doppelt tief das wir gebildet haben jetzt vor kurzem der ausbruch über 9 nochmal zurück gesetzt und jetzt der ausbruch über dieses hoch hier also es läuft wieder bei den immobilien aktien und da verweise ich auch auf den neuen aktien der schein mittlerweile ist schon crazy teilweise von der hypovereinsbank hc15 zm 15 30 gestern heute 18 20 und wenn ich an den von novia tipp von montag noch erinnern darf auch da ging es ja um das thema immobilien 62 cent war ein call gewesen aktueller kurs 77 78 cent also auch da können sie mittlerweile einen stopp nachziehen und ja gewinne laufen lassen und das gleiche machen wir natürlich auch hier stopp kurs ich hätte mal gesagt 16 15 16 50 in dem bereich und dann gewinne laufen lassen das war es von mir ich wünsche ihnen gute kurse erfolgreichen handelstag morgen gleiche zeit gibt es den nächsten trading tipp bis dahin machen sie es gut